Eyo Sykes hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute Modern Warfare Motherfucking 2v2 Alpha MMM. Leider nur also einen kleinen RIP für die Leute, die auf PC spielen sowie auf der Xbox One, denn die Alpha ist lediglich für PS4-Spieler zugänglich von Freitag an bis Sonntag. Wann genau bis Sonntag weiß man nicht. Eventuell ist es noch länger. Man weiß nicht, Activision ist ja manchmal so ein bisschen, ne? Man kennt ihn. Spontan. Mit dabei ist, wie man schon gehört hat, Remix aka Leon aka ich bin Legastheniker Kappa. Stell dich vor, begrüßt dich, begrüßt die anderen. Begrüßt dich, genau. Was geht? Alles klar bei euch? Wie gesagt Modern Warfare 2v2 Alpha und ich würde sagen, nicht lange umschnacken, ja? Einfach direkt X drücken ins Feuergefecht. Das ist der so besagte 2v2 Modus und ich bin gespannt. Mit dem Dream Team. Ja ohne Mist, wir haben die Runden zuvor, haben wir extrem gut geholt. Klar, okay, gab es auch nur 1-2 Runden, die liegen das nicht so geil. Krab in dem LMG, da komme ich nicht mit so geil zurecht, muss ich sagen. Aber sonst... Ja, auch. 1MG. Ja, LMG. MGs? Also, ja gut. Ja, schwierig, weil MG ist ja eigentlich so, ne? Und so. Ja, man kennt ihn. Ja, ich weiß. Welchen Waffen starten noch? Wieder die Waffen. Die M1911 dürfte das sein. Ja, äh, um erstmal was Wichtiges vorwegzunehmen. Ich nehme das Video mitten in der Nacht auf, Donnerstag auf Freitag, damit das Freitag-Mittag online gehen kann. Zeigt ihnen, was wir machen. Damit... Erstmal irre genommen. Und schauen, wie ich mich schielen, weißt du. Bei mir, bei mir, bei mir. Direkt schön. Lach, 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 lach. Erste Container. Ich bin down. Er war im Container gewesen. Ja, gut, okay, das ist soviel dazu. Äh, jedenfalls ich nehme das Video Donnerstag auf Freitag-Nacht auf. Wir sind jetzt schon Freitag-Morgen. Und damit das eben halt Mittag online ist. Und ja, noch viel Zeit habe, das Video zu schauen, sowie dann nachmittags immer ins Stream zu kommen. Denn wer hätte es gesagt, ich werde Modern Warfare 2B2 Alpha streamen. Nur für euch 9 um 4. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Bei mir. Ah, Container wieder, Container wieder, Container wieder. Ich habe ihn gehört. Oh mein Gott, er hat mich geneift. Lol. Ah, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ne. Hä? Der hat sich geschlagen. Lol, man schlägt ja. Oh, die M14 Einzelschuss, ne. Das ist semi-automatisch. Ja. Semi-geil. Ja, genau, One-Shot oder was? Wahrscheinlich Headshot. Boah. Wir hatten vorhin so geile Runden gehabt. Ohne Mist. Ist sie. Schade. Boah. Ebenfalls, was ich sagen wollte, ist einfach das Movement. Das Gunplay ist richtig geil. Klar, okay, es ist nur 2B2Mos. Es ist auch nur eine Alpha. Ich mag die Map aber jetzt schon nicht. Ich mag die Map jetzt schon nicht. Alter! Also, ich bin echt gehypt. Wirklich. Keine Scheiß. Ich bin nicht doch. Ja, doch, 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 doch. Was wir machen. Oh, was bist du denn? Eine L-86 A2? Oh, sweet. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Leon, wo bist du? Ich habe einen Kettenwerfer. Das gefällt mir nicht. Das war ich. Oh, bin ich dumm. 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 Man munkelt. Einen habe ich. Ich habe den anderen. Endlich mal einen Kill, Mann. Boah. Das kommt weg. Das Jahres. Ich glaube nicht, dass wir die ohne das noch reißen. Ich weiß es nicht. Aber dafür, dass es eine Alpha ist, bin ich schon extrem gespannt, wie das fertige Spiel eben halt sein wird. Wie sich immer da hochhocken, Alter. Richtig lächerlich. Ja, dreckigen Kämpfer, Alter. Was war noch Raketenwerfer? Ja, lächerlich. Von beiden Seiten kamen sie. Also von links und von vorne. Richtig lächerlich. Ich hoffe, nächste Runde wird besser. Ich hoffe, nächste Runde wird besser. Ja, Mann. Doch. Echt jetzt. Moll 6, 80. Uh. Man weiß, ich bin nicht der größte Schockgangspieler. Er neifet. Pass auf, die neifen. Ja, du bist auch neifet. Das war jetzt nicht so eine geile Runde. Definitiv nicht. Aber geile Animationen, auch mit der Hand so zack, zack. Easy. Ja. So easy war die Runde aber jetzt nicht. Oh. Da steht schon ein King. Ein klammern Tag. Die Mappe wird es auch im Dunkeln geben. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie das fertig gespielt wird. Oh, du Mist, Alter. Ich freue mich auf das fertige Spiel. Kein Scheiß. Ja. Und dann nie wieder Shotgun. Ja, Mann. Was? Ist das ein Shotgun überhaupt? Ist das ein British-Arm? Nee. Ja, doch. Nein. Schlecht. Pass auf. Er im Spawn, im Spawn, im Spawn. Er ist der AFK hinter dir. Er ist der AFK. LOL. Und der andere war top hinten im Haus. Das Molotow kam von links. Verlängerung. Ernsthaft? Macht es uns nicht leicht. Macht weiter Druck. Ich hasse Shotgun. Das ist doch kein Shotgun. Der Shotgun hat ein abgerundes Ziel. Hat Kreuzdinges. Das hat ein spitzes, wie eine ganze maler Waffe. Das ist ein Taktikgewehr. Hinter dir. Ja. Links halten. Ja, genau. Genau. Wir machen das. Komm. Bei mir. Ja, wieder mit der Nate, alter du. Alles, was wir noch haben. Mach weiter. Yes. Das war übeles Glück, alter. Puh. Aber ey, komm, um wieder kurz aufs Video zurückzukommen. Also, zum Thema zurückzukommen. Das Spiel an sich, so die Grafik, das ist einfach übel. Deswegen, ich bin gespannt, wie es fertig gespielt wird. Kann nur geil werden, ehrlich gesagt. Und wieder mit dieser Dreck-Campfer, ey. Wo, 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 wo. Ah, scheiße. Hätte klappen können. Hätte klappen können. Lol. Ja, aber auch, wie die Animationen so schon sind, ne. Das ist übel. M4-A1, oh mein Gott. Das kann schön werden. Ey, ich werde ein schöner Waffe, alter. Rechts bei dir. Hit. Einen haben wir. Hinter mir. Beim Auto. Perfekt. Ab ihn. Komm, wir holen uns die Runde noch. Komm, komm. Endlich eine richtige Waffe, ey. Also, wie gesagt, das Waffenfeeling ist einfach phänomenal, meiner Meinung nach. Das Gunfeeling ist echt geil. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube auch, du hast eines der Games mit dem geilsten Gunfeeling überhaupt. Ah, fast. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe hier in der Richtung. Beide geholt. Oh, dir. sehr fütter pushen lol was sound tun ach komm wir kriegen das noch hin ja lol wie es schon wusste schade aber ich glaube ich werde ich glaube ich werde ich glaube ich werde ich glaube ich werde ein weiteres wieder aufnehmen hinten top ja nee ist klar alter wo ist der andere im spawn steht der was echt ok jetzt einfach so ein bisschen mager er hat schon so ein container 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 ab perfekt den roste ich wieder vor der nase weg geschnappt guck dir das mal an wie viel kraft diese waffe aus ausdrückt ja oh mp7 nein doch liebe alter ich krieg gleich nen orgasmus digger den hast du im video heute schon gehabt oh mein gott wie geil geil im spawn wieder im spawn wieder der ist abgast ich mein der der andere äh keine ahnung i don't know ah gott mp7 so ist schön ja so schön meinte du verendet oh ist noch übrig lol 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 wer wagt gewinnt wer wagt gewinnt wir haben echt die runde noch geholt krasser scheiß aber trotzdem war da easy ja aber trotzdem schon nicht recht ich glaube wir hängen einfach nur kurze runde hinten dran einfach so ein bisschen oder nein komm wisst ihr was wir werden das wieder an der stelle ja aber ich werde noch trotzdem weiter aufnehmen ja und dann kriegt nochmal einfach wirklich ein fokussiertes gameplay ich glaube das machen wir so oder ja 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 also wie gesagt wenn ich das video hochgeladen habe wisst ihr bescheid dass ich dann ca 2 bis 3 Stunden später live auf Twitch bin Link dazu findet ihr in der Beschreibung naja Leon wirst du noch auch tag live gehen? ja aber wahrscheinlich noch nicht so früh wie du mach schauen na gut das Video geplant dass das Video ca 1-2 online geht und dann eben 2 bis 3 Stunden später erst streamen sprich so 4-5 ungefähr werde ich dann live auf Twitch sein ja dann wäre ich auch live ok cool ok gut also duos stream ist da da würde ich sagen machs nicht gut machs besser ihr dürft gerne beim nächsten mal wieder einschalten wenn es heißt Moisikes hat ein Video hochgeladen meine Freunde ja machs nicht gut machs besser Remix ich bin raus tschau im h im 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 Bis zum nächsten Mal.